Heute möchte ich mit dir über einen meiner ganz persönlichen Favoriten bei Natura Vitale sprechen, über Flexibel, ein Millionen-Bestseller für unsere Gelenke. Mit einer einzigartigen Rezeptur, die unter anderem das weltweit erste rein pflanzliche Chondroitin, das auf fünf Patenten basiert, und das weltweit erste vegane Glucosamin enthält. Aber lass uns der Reihe nach beginnen. Zuerst einmal möchte ich dir kurz erläutern, weshalb dieses Produkt eines meiner absoluten Top-Favoriten ist. Also, es ist so, ich habe 20 Jahre lang Sport gemacht, vom 5. bis zum 25. Lebensjahr, sehr intensiv, Judo betrieben, als Leistungssport auch lange Zeit, bis ich dann irgendwann, ja mit Mitte 20 eben, aufhören musste aufgrund diverser Knieoperationen. Zweimal Kreuzband gerissen, dreimal Meniskusschäden erlitten, das musste alles operiert werden. Und mit Mitte 20 hieß es dann, jetzt geht nichts mehr, kein Sport mehr, überhaupt erstmal gucken, dass man sich wieder vernünftig bewegt. Am Anfang ging das gar nicht, ich hatte richtig Schmerzen, habe auch da versucht, irgendwie über Ärzte da wieder ins Laufen zu kommen. Funktionierte aber alles nicht, bis ich dann flexibel für mich entdeckte. Und da muss ich sagen, das wirkte wie ein Wunder. Das war sensationell. Ich habe flexibel für mich ausprobiert. Nach einem Monat konnte ich schon wieder schmerzfrei gehen. Nach sechs Monaten wieder richtig entspannt laufen. Mittlerweile laufe ich Marathon bis hin zu Ultramarathon. Runde, kontrollierte Bewegungen, der Knorpel ist wieder da. Es ist wunderbar. Das heißt, flexibel hat mir wieder nicht nur auf die Füße geholfen, sondern vom Sport in Berlin praktisch zum Marathonläufer mich da begleitet. Und deswegen bin ich diesem Produkt auch sehr, sehr dankbar. Das ganz kurz zu mir. Aber die bittere Wahrheit ist ja, egal wie alt man ist, früher oder später wird fast jeder Probleme mit den Gelenken bekommen. Und das kann sich an völlig unterschiedlichen Stellen äußern. Am Knie, im Nacken, Rücken, Finger und, und, und. Schließlich haben wir in unserem Bewegungsapparat 140 verschiedene Gelenke. Dazu kommen 206 Knochen und unzählige Sehnen und Bänder. Und alles wird im Laufe unseres Lebens stark beansprucht. Somit ist der Verschleiß vorprogrammiert. Und daher ist es wichtig, die Flexibilität unseres Bewegungsapparates mit den richtigen Mikronährstoffen zu unterstützen. Und genau das macht flexibel. Mit einer revolutionären Rezeptur, die mittlerweile Millionen Anwender begeistert. Unter anderem mit dem weltweit ersten rein pflanzlichen Chondroitin. Chondroitin gehört zur Grundsubstanz des Gelenkknorpels. Dieser wiederum ist eine weiche, galletartige Substanz zwischen den Gelenkknochen, die dafür sorgt, dass die Knochen nicht aneinander reiben. Sie wirkt quasi wie ein Stoßdämpfer. Ohne die Knorpelschicht würden Knochen auf Knochen liegen. Der bloße Gedanke daran, der tut ja schon höllisch weh. Und eine reibungsfreie Bewegung der Gelenke wäre gar nicht, beziehungsweise nur stark eingeschränkt möglich. Allerdings verwenden wir nicht, wie meist üblich, tierisches Chondroitin, das aus Land- und Meerestieren, zum Beispiel aus den Organen von Rindern, Schweinen, Hühnern und Fischen, Hairochen gewonnen wird. Nein, wir nutzen für die Flexibel-Rezeptur das weltweit erste lizenzierte vegane Chondroitin namens Mytochondro. Mytochondro wird durch ein höchst innovatives Herstellungsverfahren basierend auf fünf Patenten gewonnen, und zwar durch die natürliche Biosynthese aus einem nicht gentechnisch veränderten Bakterienstamm. Interessant dabei ist, dass das Chondroitin in dieser Form eine 43-prozentig höhere Bioverfügbarkeit aufweist als tierisches Chondroitin. Darüber hinaus enthält Flexibel das weltweit erste lizenzierte vegane Glucosamin namens Glucosa Green. Es wird in einem revolutionären Fermentationsprozess aus nicht genmanipuliertem Mais hergestellt. Normalerweise wird in 95 Prozent aller am Markt traditionellen Produkten Glucosamin aus Krustentieren, wie beispielsweise Krabben und Garnelen, verwendet. Neben den ethischen Gründen war für uns auch die Bioverfügbarkeit ein wichtiger Grund für den Einsatz von Glucosa Green. Während nämlich beim tierischen Glucosamin die Bioverfügbarkeit bei maximal 65 Prozent liegt, kommt das lizenzierte vegane Glucosamin auf sage und schreibe 95 Prozent. Und diese hohe Bioverfügbarkeit ist immens wichtig, denn auch Glucosamin ist ein natürlicher und lebenswichtiger Bestandteil des Gelenkknorpels, der Sehnen, Bänder und Knochenstrukturen. So spielt Glucosamin unter anderem eine entscheidende Rolle für die natürliche Bildung des Bindegewebes. Das wiederum ist extrem wichtig, denn der Gelenkknorpel kann aus dem umliegenden Bindegewebe Wasser speichern und eben dieses Wasser wird dann durch biochemische Prozesse im Körper, in Gelenken, zu einer galletartigen Masse gebildet. Und diese Masse nennt der Volksmund Gelenkschmiere. Vielleicht schon mal gehört. Des Weiteren enthält die einzigartige Flexibel-Gelenkrezeptur den Original-Weihrauch-Extrakt aus dem Sultanat Oman. Er gilt als der beste der Welt und wirkt hervorragend gegen Entzündungen in den Gelenken. Um den Rücken und den Nacken kümmert sich in Flexibel die afrikanische Pflanze Teufelskalle. Schmerzen aller Art werden mit der Weidenrinde beseitigt, die das natürliche Salizin enthält. Die synthetische Form Acetylsalicylsäure finden wir heute oft in Schmerztabletten wie beispielsweise Aspirin. Und die Sepinie hat, wie Weihrauch, hervorragende entzündungshemmende Eigenschaften. Du siehst, Flexibel ist von der Rezeptur weltweit absolut einzigartig. Wann immer du Herausforderungen mit deinen Gelenken hast, kann ich dir diese Mikronährstoffformel aus eigener Erfahrung nur ans Herz legen. Du wirst begeistert sein.